Eilmeldung für deutsche Senioren! Steht Ihr Bankkonto kurz vor einem großen Boost? Bleiben Sie dran, um die schockierende Ankündigung zu erfahren, die das Leben von Millionen verändern wird. Hallo, liebe deutsche und internationale Freunde! Heute tauchen wir ein in eine bahnbrechende Entwicklung, die die finanzielle Landschaft für unsere geliebten Senioren aufgerüttelt. Kanzler Olaf Scholz hat gerade eine bombshell Ankündigung abgegeben, die alle zum Reden bringt. Aber was genau hat er gesagt und wie wird es Dich oder Deine Lieben betreffen? Bundeskanzler Scholz hat offiziell eine Rentenanpassungszahlung für alle Rentenversicherten der gesetzlichen Rentenversicherung unterzeichnet. Aber was hat diesen unerwarteten Windfall ausgelöst und warum jetzt? Lassen Sie uns das für Sie aufschlüsseln. Die deutsche Regierung hat den zunehmenden finanziellen Druck erkannt, dem ihre Senioren ausgesetzt sind. Angesichts steigender Lebenshaltungskosten und wirtschaftlicher Unsicherheiten haben viele Rentnerprobleme, über die Runden zu kommen. Diese neue Maßnahme soll ein dringend benötigtes finanzielles Polster bieten. Aber reicht es? Und wie vergleicht sie sich mit den Rentenanpassungen in anderen Ländern? Um das in den Kontext zu stellen, schauen wir uns die Zahlen an. Die durchschnittliche monatliche Rente in Deutschland liegt derzeit bei rund 1.000 Euro. Diese Anpassung von 4.100 Euro stellt im Wesentlichen eine zusätzliche Zahlung für vier Monate dar. Es ist ein bedeutender Schub, der das Leben vieler älterer Menschen wirklich verändern könnte. Aber wie kam die Regierung zu dieser konkreten Zahl? Quellen in der Nähe des Kanzleramtes legen nahe, dass der Betrag sorgfältig berechnet wurde, um die Auswirkungen der Inflation und der steigenden Lebenshaltungskosten in den letzten Jahren zu berücksichtigen. Es geht nicht nur darum, mehr Geld in die Taschen der Menschen zu stecken, es geht um die Wahrung der Würde und der Lebensqualität für diejenigen, die zum Aufbau eines modernen Deutschlands beigetragen haben. Nun, Sie fragen sich vielleicht, wer genau qualifiziert sich für diese Zahlung? Die Ankündigung besagt, dass alle Empfänger der gesetzlichen Rentenversicherung davon profitieren werden. Dazu gehören nicht nur Rentner, sondern auch Empfänger von invaliden Renten und hinterbliebenen Leistungen. Es ist eine weitreichende Maßnahme, die über 20 Millionen Menschen in Deutschland betreffen könnte. Aber wann können berechtigte Senioren erwarten, dieses Geld in ihren Konten zu sehen? Nach ersten Berichten plant die Regierung, diese Zahlungen in den nächsten sechs Monaten auszuführen. Dieser gestaffelte Ansatz soll plötzliche Schocks in der Wirtschaft verhindern und gleichzeitig sicherstellen, dass diejenigen, die die Mittel am dringendsten benötigen, diese zuerst erhalten. Aber wie wird die Reihenfolge der Zahlungen bestimmt? Und was sollten Senioren tun, um sicherzustellen, dass sie auf der Liste stehen? Die Logistik einer solchen massiven Auszahlung ist gelinde gesagt komplex. Die Deutsche Rentenversicherung, die Rentenversicherung Deutschlands, wird mit der Koordination dieser herkulischen Bemühungen beauftragt. Sie haben der Öffentlichkeit versichert, dass keine zusätzliche Anwendung für diejenigen erforderlich sein wird, die bereits im System sind. Sie raten jedoch allen Empfängern, sicherzustellen, dass ihre Kontakt- und Bankdaten auf dem neuesten Stand sind, um Verzögerungen zu vermeiden. Aber warten Sie eine Sekunde, was ist mit den jüngeren Generationen? Wie wird sich diese massive Auszahlung auf die deutsche Wirtschaft und die zukünftigen Rentenpläne auswirken? Ist das eine nachhaltige Lösung oder suchen wir nach einer schnellen Lösung, die zu langfristigen Problemen führen könnte? Das sind entscheidende Fragen, die Ökonomen und politische Experten bereits diskutieren. Einerseits könnten Zuwendungen in Milliardenhöhe die Wirtschaft ankurbeln und verschiedene Sektoren, insbesondere diejenigen, die ältere Verbraucher ansprechen, ankurbeln. Dies könnte einen positiven Folgeeffekt haben, der möglicherweise zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Wirtschaftswachstum führt. Auf der anderen Seite argumentieren Kritiker, dass diese einmalige Zahlung die zugrunde liegenden Probleme im deutschen Rentensystem nicht adressiert. Wie können wir angesichts einer alternden Bevölkerung und schrumpfenden Erwerbsbevölkerung die langfristige Nachhaltigkeit unseres sozialen Sicherungsnetzes sicherstellen? Einige befürchten, dass diese großzügige Auszahlung unrealistische Erwartungen für zukünftige Rentenanpassungen setzen könnte. Außerdem gibt es die Frage der Finanzierung. Woher kommt dieses Geld? Die Regierung hat erklärt, dass sie durch eine Kombination von Umschichtungen im Haushalt und einem speziellen Solidaritätszuschlag für Einkommensgruppen mit hohem Einkommen finanziert wird. Aber ist das fair? Und wie wird sich dies in den kommenden Jahren auf die deutsche Finanzpolitik auswirken? Während wir diese monumentale Entscheidung aufarbeiten, werden wir auch die möglichen Folgeeffekte in ganz Europa untersuchen. Könnten andere Länder folgen? Frankreich, Italien und Spanien stehen bereits vor ähnlichen demografischen Herausforderungen. Werden sie sich unter Druck gesetzt fühlen, ihre eigenen Rentenerhöhungen umzusetzen, um mit Deutschland mitzuhalten? Dieser Schritt von Kanzler Scholz könnte das Gespräch über die Altenpflege und finanzielle Sicherheit auf dem gesamten Kontinent umgestalten. Es könnte sogar die bevorstehenden Wahlen in mehreren europäischen Ländern beeinflussen, da sich Politiker um die Anliegen ihrer alternden Bevölkerung bemühen. Aber vergessen wir nicht das menschliche Element in all dem. Hinter den Zahlen und Richtlinien stehen echte Menschen, deren Leben durch diese Entscheidung erheblich beeinflusst wird. Wir haben mit mehreren Senioren gesprochen, um ihre Perspektiven auf diesen unerwarteten Windfall zu erfahren. Maria, eine 72-jährige pensionierte Lehrerin aus München, sagte uns, dieses zusätzliche Geld bedeutet, dass ich endlich meine Enkel in Kanada besuchen kann. Ich habe jahrelang gespart, aber die steigenden Kosten haben die Reise immer weiter in die Höhe getrieben. Jetzt ist es endlich möglich. Unterdessen teilte der 85-jährige Witwer aus Hamburg eine andere Meinung, es ist eine nette Geste, aber was wir wirklich brauchen, sind bessere Gesundheitsversorgung und erschwinglichere Wohnungen für Senioren. Eine einmalige Zahlung wird diese laufenden Probleme nicht lösen. Diese persönlichen Geschichten beleuchten die unterschiedlichen Bedürfnisse und Meinungen der deutschen Seniorenbevölkerung. Die jüngste Rentenanpassung ist für viele eine willkommene Entwicklung, sie regt aber auch breitere Diskussionen über die Art von Gesellschaft an, die wir für unsere älteren Bürger schaffen wollen. Zum Abschluss der jüngsten Rentenreform in Deutschland wollen wir die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenfassen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine vierte. 100 Euro Altersversorgungsleistung genehmigt, von der alle Empfänger der gesetzlichen Rentenversicherung profitieren werden. Diese Zahlungen sollen in den nächsten sechs Monaten verteilt werden und auf die steigenden Lebenshaltungskosten und den wirtschaftlichen Druck, mit dem ältere Menschen konfrontiert sind, eingehen. Kritiker sind jedoch besorgt über die langfristige Nachhaltigkeit dieser Bewegung und ihre Fairness für jüngere Generationen. Darüber hinaus könnte diese Entscheidung erhebliche Auswirkungen auf die Rentenpolitik in ganz Europa haben. Also, was sind Ihre Gedanken zu dieser bahnbrechenden Ankündigung? Ist es ein entscheidender Schub für die deutschen Senioren oder nur ein kurzsichtiges politisches Manöver? Wie könnte es Sie oder Ihre Lieben beeinflussen? Wir laden Sie ein, uns Ihre Meinung in den folgenden Kommentaren mitzuteilen. Denken Sie daran, dass es sich um eine aufregende Nachricht handelt, aber es ist immer wichtig, informiert zu bleiben und auf Änderungen der Finanzpolitik vorbereitet zu sein. Halten Sie die offiziellen Ankündigungen der deutschen Rentenversicherung im Auge, um zu erfahren, wann und wie diese Zahlungen verteilt werden. Wenn Sie dieses Video hilfreich fanden, vergessen Sie nicht, es zu liken, zu teilen und sich für weitere Nachrichten und eingehende Analysen der deutschen und europäischen Politik anzumelden. Drücken Sie die Benachrichtigungstaste, um über alle Entwicklungen in dieser Geschichte auf dem Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen! Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal!